Abends um acht schaut ihr lieber eine Serie als die Tagesschau und morgens die Tageszeitung lesen passt einfach nicht in die Zeit zwischen Weckerklingen und Wohnung verlassen, aber es wäre schon schön trotzdem informiert zu sein, dann hilft dieser Podcast hier möglicherweise weiter. Guten Morgen und Hallo, hier spricht Jannis Karmesin am Mittwoch, den 23. August mit den wichtigsten Themen dieses Tages. Das ist einmal das TV-Duell der US-Republikaner, bei dem der Elefant im Raum nicht anwesend sein wird und wir schauen auf illegale Schleusungen an der deutsch-tschechisch-polnischen Grenze. Wir legen los, Sie kennen das mit den Kurznachrichten. So klingt der Nachrichten-Podcast von Zeit Online. Was jetzt, heißt er. Zweimal täglich bringt euch ein wechselndes Podcast-Team auf den neuesten Stand. Jeweils morgens und nachmittags erscheint eine neue Folge. Die Schlagzeilen machen immer den Anfang, dann geht es tiefer rein in zwei bis drei Themen. Oft mithilfe von Zeit Online-RedakteurInnen, die sich mit dem Schwerpunkt eingehender beschäftigt haben. US-Präsident Joe Biden will es wirklich nochmal wissen. Seine Umfragewerte sind miserabel, schon seit Monaten und er ist mittlerweile ja auch schon 80 Jahre alt. Aber trotzdem will er sich im kommenden Jahr nochmal zum Präsidenten der USA wählen lassen. Konkurrenz aus der eigenen Partei gibt es bislang nicht, aber ganz anders ist das auf Seiten der Republikaner. Da drängeln sich nämlich mittlerweile 14 Politikerinnen und Politiker, die alle gegen Biden antreten wollen. Und acht von ihnen treffen sich heute Abend zu einem ersten parteiinternen TV-Duell. Zu diesem inoffiziellen Wahlkampfstart schauen wir uns mal an, wie sich die Dinge da drüben in den USA gerade eigentlich so sortieren. Und zwar mit unserer US-Korrespondentin Johanna Roth. Hallo Johanna. Hallo Janis. Der glasklare Favorit Donald Trump wird nicht an diesem TV-Duell heute Abend teilnehmen. Warum lässt sich denn ausgerechnet er, der ja immer die Bühne sucht, eigentlich diesen Termin entgehen? Also er will natürlich Aufmerksamkeit, aber Donald Trump möchte eben Aufmerksamkeit und eine Öffentlichkeit, die sich nur um ihn dreht und die er kontrollieren kann. Und das klappt natürlich nicht so gut, wenn er nicht der Einzige auf der Bühne ist, sondern eben andere, vermutlich alle versuchen werden, ihn rhetorisch zu überbieten. Oder in manchen Fällen, das ist ja auch nicht ausgeschlossen, vielleicht auch tatsächlich Inhalte dagegen zu setzen. Und deshalb hat er eben lieber ein Exklusivinterview gemacht, das ist wohl schon aufgezeichnet und soll dann irgendwie gesendet werden, gestreamt werden, ungefähr zur selben Zeit wie diese Debatte mit dem rechten Moderator Tucker Carlson. Bei dem kann Trump sich natürlich sicher sein, dass der ihn gut dastehen lässt, denn Carlson ist auf Trump inzwischen genauso angewiesen wie umgekehrt. Die Einschätzungen und Analysen der Geschehnisse sind unaufgeregt, aber fundiert. Oft sind auch AutorInnen dabei, die Artikel in der aktuellen Ausgabe der Zeit veröffentlicht haben. Im Podcast erzählen sie euch dann von der Recherche und ihren Ergebnissen. Neben Jannis Karmesin, dem Moderator aus dieser Folge, gibt es noch zwölf weitere Hosts. Eine Kategorie bei Was jetzt? füllen die Hosts immer selbst. Bei Und sonst so wird es deshalb auch schon mal etwas persönlicher. Es gibt ja so Phasen im Leben, da stürzt alles auf einmal über einem zusammen. Und ich will hier jetzt gar nicht groß rumjammern, aber ich glaube, ich stecke gerade in so einer Phase. Das ging los in der vergangenen Woche, da kam die Nachricht, dass Jürgen Kluckert gestorben sei. Mir egal, kenne ich nicht, werden Sie jetzt wahrscheinlich sagen und ich glaube, den kennen Sie wahrscheinlich doch. Ja, denn Jürgen Kluckert war die Stimme von Benjamin Blümchen. Und mir ist erst jetzt nach seinem Tod klar geworden, dass er noch einen anderen meiner Kindheitshelden gesprochen hat. Buhu, da spiele ich dir doch glatt eine traurige Weise auf der kleinsten Violine der Welt. Nämlich, vielleicht haben Sie ihn erkannt, Mr. Krabs, den Imbissbesitzer aus Spongebob Schwammkopf. Und ich hatte diesen Doppelschock noch nicht ansatzweise verarbeitet, als sich dann auch noch er hier verabschiedet hat. It's me, Mario! Charles Martinet. Fast 30 Jahre lang war er die Stimme von Super Mario und jetzt geht er in Rente. Ich kann den beiden nur danken für viele nette Stunden in meiner Kindheit und ich bin verdammt froh, dass zumindest die drei Fragezeichen noch weitermachen. Was jetzt? Könnt ihr nebenbei beim Kaffee, auf dem Weg zur Arbeit oder einfach zwischendurch hören. Unter der Woche kommen jeden Tag zwei Folgen heraus, früh um sechs und nachmittags um fünf. Am Wochenende läuft nur eine Folge, dafür gibt es unregelmäßig auch längere Spezialfolgen, die ein Thema noch tiefer beleuchten. Produziert wird der Podcast von Zeit Online. Und wer diesen Podcast hört, kann beim Smalltalk im Fahrstuhl aus dem Stegreif den aktuellen Clinch in der Koalition knackig zusammenfassen und muss nicht aufs Thema Wetter zurückgreifen. Das war der Podcast-Podcast von Detektor FM für heute. Heute, wenn ihr den Überblick über den Podcast-Markt behalten wollt, abonniert den Podcast-Podcast auf der Plattform eurer Wahl, damit ihr in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und empfehlt uns doch einem anderen Menschen weiter, der auch nicht genug von Podcasts kriegt. Dieser Tipp kam von Julia Segers, Redaktion Joana Voss, Carolin Breitschädel und Doreen Rothmann. Produziert hat die Folge Stanley Baldauf. Und ich bin Ina Lebedjev. Morgen empfehlen wir euch den KI-Podcast. Wir hören uns.